Wir hatten in Holland auch schon die Diskussion, dass die Typen von früher, dass die uns ein bisschen fehlen. Leute, die am Platz wirklich, das sind natürlich Beispiele mit der Franz Beckenbauer zum Beispiel von früher an, der war richtig der Kapitän am Platz und der entscheiden sich, wie das Spiel läuft, zum Beispiel. Ja, das sind noch sehr viele Beispiele. Ja, das ist heutzutage ein bisschen anders. Man hat natürlich einen Plan, wo man am Spiel kommt und dann, was man will, ist, dass man Leute am Platz hat, Spieler am Platz hat, der das begreifen und das unterstützen können und tragen können. Aber wenn die Spieler auch noch am Platz sind und sie haben sehr viel Mühe mit deinem eigenen Spiel, dann wird das voneinander ein bisschen weniger helfen. Wenn wir besser und weiter miteinander arbeiten und wir bekommen das Vertrauen zurück, ein bisschen bei bisschen, dann wird auch wieder das zurückkommen, dass wir da Personen haben, die einander helfen können. Das hat alles so miteinander zu tun.